Hi, ich bin die Melanie und ich zeige dir heute drei verschiedene Arten, wie du plocken kannst. Ich zeige euch mal gleich noch, was ich jetzt dafür vorbereitet habe, für alle drei Methoden, aber wohlgemerkt. Einmal hier eine Badekappe, dann ein ganz normales, stinknormales T-Shirt. Also es ist wirklich ein Standard-Baumwoll-T-Shirt, nichts Besonderes. Es geht darum, dass ihr einen glatten Stoff braucht. Ihr könnt Mikrofaser benutzen, aber bitte glatte Mikrofaser nach Möglichkeit, weil euch alles, was nicht glatt ist, die Bündelung einfach wieder so auffressen lässt. Ihr könnt Bambusstoff benutzen oder eben einfache Baumwolle. Ihr könnt Satinstoff benutzen oder was auch immer. Also wichtig ist einfach nur, dass der Stoff glatt ist. Ich habe jetzt hier hinten auch noch mein T-Shirt-Handtuch liegen, weil ich es einfach zum Mikroploppen benutzt habe. Aber auch da könnt ihr, wenn ihr wollt, genauso gut ein einfaches T-Shirt benutzen. Wir fangen gleich an mit der ersten Technik. Und tatsächlich, wenn die Leute von Ploppen sprechen, in der Regel meinen sie das. Ihr braucht dafür das T-Shirt. Ihr legt das T-Shirt auf einen ebenen Untergrund. Das ist ein Bett, das im Boden ist. Oder die Toilette, das ist völlig wurscht. Hauptsache, es ist ein ebener Untergrund, mit dem ihr dann einfach auch gut arbeiten könnt. Extra-Tipp von mir. Schlagt die Ärmel einmal um. Denn die Ärmel bindet ihr euch um den Kopf. Und wenn dieses Bindeband so breit ist, dann kletscht es euch hier die Locken so stark an den Kopf. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also, Tipp von mir. Schlagt die Ärmel einmal um. Dann ist dieses Bindeband ein bisschen schmaler. Dann legt ihr eure Haare vorsichtig von oben, dass ihr sie wirklich von oben langsam darunter senkt. Und zwar direkt hinter diesem Ärmelbereich, würde ich jetzt sagen. Das ist so der beste Ort dafür. Legt sie vorsichtig auf dem T-Shirt an. Es ist von der Belegung her wirklich so, als ob ihr eure Haare da vorsichtig irgendwo eintunken würdet. Also nicht einfach irgendwie hier so wursteln, sondern wirklich vorsichtig ablegen. Dann ist eigentlich schon die Hälfte geschafft. Ihr nehmt das T-Shirt, schlagt es ein bisschen ein und legt es euch über den Kopf. Es sollte zum Schluss ungefähr hier im Nacken sollte die Kante sein. Also, ja, lass da ein bisschen Platz. Es darf ruhig ein bisschen locker sein. Die Kante, wie gesagt, ungefähr im Nacken, dass die auch nicht zu hoch irgendwo sitzt, dass du nicht zu hoch binden musst und dann hier unten die Haare alle wieder so platt werden. Dann nimmst du dir nur noch die Ärmel und schlägst sie einfach nach hinten um und knotest sie fest. Das war's schon. Du hast damit deinen ersten Plopp geschafft. Super, sehr schön. Ich zeige es nochmal von nahem. Es ist ganz einfach. Vorne ist es relativ eng. Also es sollte vorne nicht zu eng sein. Das ist ganz wichtig. Oben ist es locker. Das ist wichtig, damit ihr eure Locken damit so ein bisschen aktivieren könnt. dass die sich schöner ausbilden. Denn dafür ist es ja auch Saar. Und von hinten sieht man ganz klar, dass es hinten einfach schön gebunden ist. Diese zwei kleinen Ecken, die da rausschauen, sind vom Saar. Die kann man noch ein bisschen mit drunter schieben, wenn man will. Kann man aber auch rauslassen. Stört ja an sich auch niemanden. Das Ploppen hilft euch, dass eure Locken sich ja so ein bisschen aktivieren und einfach sich so ein bisschen, dass die Schulter werden noch ein Stück weit. Ihr lasst eure Haare in diesem Plopp für ungefähr 10 bis 20 Minuten. Und danach macht ihr einfach weiter und die sitzt. Ja, was gibt es zu sagen? Gut an der Technik ist, dadurch, dass sie in diesem T-Shirt drinnen sind, habt ihr super Zeit und könnt euch anziehen. Ihr könnt alles wegräumen, was im Bad war. Ihr könnt alles machen, was ihr machen wollt und eure Haare gehen euch nicht im Vigo. Das finde ich super viel wert. Und was auch ganz toll ist an der Technik ist, das ist natürlich hinterher, weil ja das T-Shirt einfach auch Feuchtigkeit aufnimmt. Hinterher ist es so, dass du einfach nicht mehr so lange brauchst beim Diffusen. Ist auch definitiv ein Vorteil. Ein Nachteil ist bei uns Wavies. Diese Technik funktioniert besser, wenn man wirklich Locken so im Dreierbereich hat oder auch Viererbereich oder so. Bei Wellen finde ich persönlich die anderen Techniken besser. Denn gerade wenn du nur leichte Wellen hast oder halt allgemein nur Wellen hast, kann es sein, dass dadurch deine Wellen nicht so richtig gut rauskommen. Denn es ist hier relativ eng. Also das Problem habe ich zum Beispiel immer, dass es hier quasi an dieser Ansatzregion, sage ich mal, hier immer zu eng ist und dass dann hier irgendwie alles platt wird und dann irgendwie erst hier unten irgendwie irgendwas kommt. Also tatsächlich für mich funktioniert diese Technik nicht so gut. Die zweite Technik ist meine persönliche Lieblingstechnik. Du brauchst dafür eine Beidekappe für das Wettploppen. Die Technik ist jetzt kein Hexewerk, also es ist total super easy und einfach. Du machst einfach nur ganz normal deine Stylingprodukte ins Haar, wie du sie sonst auch machst. Wenn du Gel aufkragen wirst, trägst du Gel auf. Wenn du Muß haben möchtest, Muß, es ist völlig egal. Wichtig ist, alle Plopping-Methoden benutzt man, nachdem man seine Stylingprodukte aufgetragen hat, aber bevor du anfängst zu diffusen. Also da dazwischen plopst du, egal welche Methode. Wenn du deine Stylingprodukte aufgetragen hast und vielleicht auch dabei das Grunched hast, dann schnappst du dir die Badekappe und gibst alle Haare nochmal in die Badekappe. Es ist nicht ganz genauso, wie wenn ich zum Beispiel meine Kur auftrage und die Kur in der Badekappe einwirken lasse, denn dann benutze ich einen Spiralhaargummi und mache mir die so oben auf dem Kopf zusammen. Das würde ich nicht machen, denn das sorgt nicht unbedingt dafür, dass deine Wellen oder Locken besser rauskommen. Nein, ohne Haargummi. Einfach nur alle Haare in die Badekappe rein, Badekappe aufsetzen und 5 bis 20 Minuten, würde ich sagen, ungefähr die Badekappe drauf lassen. Ich mache das tatsächlich immer so, wie es bei mir gerade passt, denn ich nutze das, dass meine Haare einfach hier gut geschützt sind in der Badekappe. Ich ziehe mich an, ich räume alles weg, was ich im Bad hergeräumt habe. Ich mache so das alles, was ich so machen muss und dann diffuse ich meine Haare auf. Die Technik hat einen Nachteil. Ich würde dir nicht empfehlen, es zu tun, wenn du ein bisschen Probleme mit deiner Kopfhaut hast. Wenn du eine sehr sensible Kopfhaut hast oder allgemein eine, die jetzt irgendwie gerade in irgendeiner Art und Weise Probleme hat, ist es meistens nicht gut, wenn die Kopfhaut länger feucht ist. Und beim Wetploppen ist es aber so, dass die Kopfhaut halt einfach nochmal zusätzlich länger feucht ist. Das heißt, es kann diese Probleme verstärken. Also dann bitteschön nicht machen. Aber ansonsten sind die Vorteile wirklich, würde ich mal sagen, auf der Hand. Man kann sich anziehen und alles wegräumen und so weiter, während die Haare einfach gut geschützt sind. Der Vorteil ist dabei auch, dass die Haare einfach das Produkt nochmal so ein bisschen besser absorbieren und aufnehmen können und du hast weniger Friss. Tatsächlich, ich persönlich habe beim normalen Kloppen ein bisschen Friss und wenn ich aber wirklich beim Wetploppen bin und nur das mache, dann habe ich wirklich minimal Friss und das Wetploppen hilft auch nochmal ein bisschen bei der Bündelung. Das sind so die Vorteile von dieser Technik. Die dritte Technik und auch die letzte Technik ist das Mikroploppen. Es ist jetzt keine klassische Plopptechnik, sage ich mal, wie das Wetploppen oder auch das Ploppen mit dem T-Shirt. Es funktioniert ein bisschen anders. Du schnappst dir, nachdem du wieder deine Styling-Produkte aufgetragen hast und noch nicht die Finst hast, ein T-Shirt-Handtuch, ein T-Shirt. Es ist völlig egal was. Also da kannst du auch gut das große Baumwoll-T-Shirt benutzen, das ich jetzt zum Ploppen benutzt habe. Es geht einfach darum, du brauchst einen glatten Stoff, der deine Haare nicht irgendwie aufraut und irgendwie für Friss sorgt oder sonst was und drückst deine Haare vorsichtig aus. Das Gute daran ist, du drückst Wasser raus und auch überschüssiges Produkt wird rausgedrückt. Der Hauptgrund, warum die Leute das einfach auch machen, ist, dass du dann natürlich wesentlich schneller bist mit den Füßen. Denn wenn du schon Feuchtigkeit und Wasser und alles rausdrückst, ein bisschen aus den Haaren, geht das einfach wesentlich schneller. Mikroploppen kann man machen nach dem Ploppen mit dem T-Shirt. Man kann es genauso machen nach dem Red Ploppen. Man kann es auch genauso gut einfach direkt nach dem Waschen machen, wenn man danach überhaupt gar nichts mehr macht und sagt, okay, ich will jetzt einfach nur waschen, ich will keine Styling-Sachen in meinen Haaren drin haben, ich will sie einfach in der Luft trocknen lassen. Geht genauso. Ja, das heißt, du drückst einfach nur deine Haare aus. Vorsicht, bitte schön. Denn, wenn du zu viel Wasser ausdrückst, werden sie doch wieder frissig. Dann zerfällt dir die Bündelung so ein bisschen und die Haare bekommen Friss. Das ist echt schade. Deswegen würde ich dir echt empfehlen, taste dich da vorsichtig ran und lieber fünf Minuten länger diffusen als sich irgendwie dann mehrere Tage, bis man das nächste Mal wieder Haare wäscht, ärgern, dass man hier irgendwie lauter Friss auf dem Kopf hat. Also einfach die Haare vorsichtig ausdrücken. Die Technik ist im Endeffekt genauso, wie wenn man squischt von den Händen her, einfach ein kleines Köpfchen bilden und die Haare rein und vorsichtig ausdrücken, wieder loslassen und danach kann man diffusen. Der Vorteil der Technik ist natürlich ganz klar, diffusen geht super schnell. Es hilft, dass sich die Locken so ein bisschen aktivieren und dass da allgemein einfach so ein bisschen mehr Schwung mit da ist. Was ein bisschen Schlechtes ist, es hilft natürlich nicht, die Haare zu schützen, während man sich umzieht oder keine Ahnung, Sachen wegräumt oder sowas. Deswegen, ich persönlich benutze es, also ich mache eigentlich fast jedes Mal Mikroploppen und ich mache es immer nach dem Redploppen. Also tatsächlich, Redploppen ist so meine bevorzugte Technik. Ich mache es nach dem Redploppen. Ich trage meinen Gel auf, das ich gerne haben möchte, mache dann die Badehaube drüber und Redploppe und dann drücke ich nochmal kurz meine Haare aus, also ich Mikroploppe und dann diffuse ich. So funktioniert es bei mir am allerbesten. Das funktioniert natürlich genauso, wenn man mit dem T-Shirt ploppt, dann trägt man seine Produkte auf, ploppt mit dem T-Shirt, macht das T-Shirt vorsichtig runter, holt sich nochmal ein neues T-Shirt, denn das ist ja dann schon feucht, das wird nicht mehr so viel aufnehmen können, macht damit, Mikroploppt damit und kann dann wieder diffusen. Wenn du genauer wissen willst, wie das alles funktioniert oder nicht oder ja, verlinke ich dir jetzt hier auf jeden Fall ein Waschtag-Video, vielleicht auch noch ein zweites. Also ich habe ja schon ein paar Waschtage abgefilmt, da sieht man das, denke ich, auch immer ganz gut, wie sich das bei mir in der Routine mit einbaut. So, jetzt weißt du alles Wissenswerte übers Ploppen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Abo da und wenn du nichts mehr verpassen willst, was hier auf meinem Kanal zukünftig kommt, dann aktiviere auch auf jeden Fall die Glocke. Viel Spaß beim Ausprobieren, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!